Naja, die im Labor ist nicht... Ne, ich glaub es ist ne ICR, hast recht. Ah, ne, ich könnt mir aber im Wald ne Titan kaufen. Wald gibt's ne Titan? Ja. Wusstest du das nicht? Ne, dann glaub ich nämlich auch ne Titan. Ja, die Titan ist eh ne Wandwaffe, stimmt. Die ist allgemein ne Wandwaffe. Ja, ja, eben. Und die ist eigentlich so dann ganz gut. Wo sind denn die Vampire? Wawawawawawampire Wawawaweli Wawawawulu Wawawawawampire Wawawawawampire? Keine Ahnung. Da würde ich Shakira dazu sagen. Hahaha. Ha ha ha. Hahaha. Wawawawстро Wawawampire Hahaha. Ah. What the fuck. Hast du Vampire? Ne, kein einzig in. Ich auch nicht. Vampire gibt es nicht. Ausgestorben. Vampire sind tot. Es gibt keinen einzigen Vampire. Kennst du das Lied? Ja, natürlich. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Aber es ist auch ein geiles. Ich dachte immer, das wäre das Intro von Van Helsing. Von Helsing, der Serie. Weißt du nicht mal das Intro? Ich habe mir letztens die Serie wieder angeguckt auf Amazon, weil es gerade kostenlos war. Helsing, geile Serie, eine meiner liebsten Animes. Ich bin eh so jemand, ich mag eher die klassischen Animes. Mit den neuen kann ich nichts anfangen. Gefällt mir gar nicht. Ein paar neue finde ich gut. Ich habe das so in Erinnerung, als ich das früher auf MTV geschaut habe. Kennt wahrscheinlich keine Sau mehr MTV. Doch, doch. Da war doch Smashing Pumpkins als Intro. Hab das so in Erinnerung. War doch als Intro oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Ich habe keinen einzigen Vampir gesehen. Ich auch nicht. Nicht einen. Nicht einen. Nicht einen Vampir. Runde beenden, oder? Wir können nichts machen. Viel zwingt uns. Jetzt scheitert es an Vampir-Spucker. Warte mal doch, wir brauchen... Ja gut, wir könnten den Stein versuchen. Aber... Ja, aber... Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Der ist halt schon Taffy. Der ist Taffy. Ist überhaupt ein richtiges Wort Taffy? Taffy ist das Wort. Das einzige. Und da brauchen wir auch noch einen Wirbelsturm, ne? Wenn die Vampire kommen sollten. Wenn jemals einer kommen sollte. Ich habe extra hier auf die alten Vampirgräber gepisst. Aber hat der nicht gejuckt? Hat keinen interessiert. Die wollen Galle. Ich weiß noch, davor wurden wir geschandet von Vampiren, ne? Keine Chance. Aber seitdem wir Häuptlingrote Socke irgendwie gebisst haben... Ja, Häuptlingrote Socke ist echt... Irgendwie traurig mit uns. Sehr nachtragender Mensch. Vampir. Menschenvampir. Und wir bräuchten auch noch hier so einen Rib. Weißt du, ein Rib kann dir schon die Nüsse retten. Einen Rib? Achso. Der ist bei mir bei Danu. Aber ich glaube, ein Rib ist ziemlich teuer. Der kostet auch 4.5 oder sowas. Ich weiß nicht. Bei mir... Ja, 4.000. Ich habe keinen einzigen Vampir. Ich auch nicht. Was ist denn los? Wir haben irgendwas aktiviert. Die Weihwasserdusche oder sowas. Ja. Hier sind keine Vampire. Hier auch nicht. Es ist... Ich renne extra im Mausoleum rum, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Dropshaws hier. Hör, ist aber... Nö. Kein einziger. Was haben wir getan? Oh, aber ein Wehrwolf oder was? Gab sich auch mal mehr Wehrwölfe? So in Runde 8 und 9? Ja, ich weiß auch nicht so genau, was hier los ist. Ich muss mir eben meine Gesundheit wieder auffrischen. Nö. No Vampires. Eine absolut vampirfreie Zone. Ich hole mir jetzt erstmal den Rib. So, der Wehrwolf ist down. Hier liegt eine Nuke. Mitnehmen die Points oder... Dann töte er seine Zombies. Hier ist nur einer. Hier ist nur einer. Dann mach einen Tod und dann nimm die Nuke. Wir haben eh keine Wahl. Jetzt machen wir erstmal Vampire Juice. Ey, warum muss auf dieser Karte eigentlich immer irgendwas fehlen? Irgendwas fehlt uns immer, ne? Hätten wir jetzt den Stein gemacht, wären wir direkt gestorben. Es ist echt kotig. Oh, nee, nee. Eine MOG 12, nee. Ich musste mal eben abhusten, weil mir irgendwie Schleim im Hals... Bumm. Mach doch ne Zeichnung davon, ne? Ja, 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 ja. Kann sein, dass ich irgendwie hier dieses... Das Gelbe im Zahn, weißt du, das löst sich immer mit der Zahn... Igitt. Ne, das wenn... Das, wenn der Zahnarzt mit nem Bohrer trifft, wo sich die Zehennägel so hochziehen. Äh. Sowas hab ich gar nicht. Ah, ein Vampir! Hier auch, aber... Oh nein! Doch, Tornado. Mit nem Wirbelsturm. Komm, geh rein! 2 Vampire im Wirbelsturm. Komm schon. Ich brauch jetzt hier ein bisschen Fledermaus, Lulu. Keine Galle verloren. Doch, hier. Doch, doch, doch. Müsste sie verloren haben. Hebste auf? Hast du schon? Moment. Da waren eben gerade Zombies. Halten sie für Galle. Ja, ich drück, aber ich kann es nicht aufsammeln. Schön gedrückt halten, Junge. Schön gedrückt halten. Gallenback oder was? Soll ich mal kommen und gucken, ob ich meinen Finger in die Galle stecken kann? Kannst du gerne machen. Hier. Ich seh es nicht mal. Ist es voll? Das Ding ist voll. Nee, ist nicht voll. Dann läuft es ja so über. Ich guck mal, ob ich schmieren kann. Wo wäre die Galle denn gewesen? Ähm, da bei dem Brunnen. Da, genau. Da war sie. Ja doch, der Sarg leuchtet. Ich kann schmieren. Ich hab geschmiert. Mini-Update kam. Man braucht es nicht mehr. Man braucht nur 98% Galle, das reicht. Die Knöpfe aus Diamonds hängen. Äh, easy mit dem... Ah, da ist er schon. Alter, wie er aber auch nicht echt knuspern will. Huah! Huah, ich bin fast tot. Die Knusperbande. Okay, ich hab sein Cholesterin-Material. Er wäre bezwungen. Wie lange dauert es noch, bis das Glück uns verlässt? So, jetzt kommen Vampire ohne Ende. Nur Vampire! Alter! Alter, wie die mir geben, die kleinen Lulu-Männer. Kommt, alle schön meinen Wirbel. Wir brauchen noch einen normalen Zombie am besten irgendwo. Hier ist ein normaler Zombie, aber wir müssen jetzt eh den, ähm, Graf Zahl, müssen wir doch abschießen oder nicht? Ja, ja, deswegen. Deswegen wäre es praktisch, wenn jetzt einer dann einen Zombie mitnimmt und wir dann einen Graf Zahl machen können. Mal erstmal alle Vampires down. So, ähm, soll ich Graf Zahl beschwören? Kannst du Graf Zahl beschwören, dann mach das. Ja. So, warte, wo leuchtet hier eine? Siehst du eine? Oh, leuchtet... Das hat schon geblinkt. Hä, wo leuchtet es denn? Es leuchtet so orangelig. Ja, ja, klar. Aber keiner davon zählt. Bummisch. Nee, nee, die anderen leuchten gelb und eine leuchtet so... Ja, ja, genau. Und eine habe ich abgeschossen und dann habe ich geguckt, wo es hin... Irgendwo hingeschwungen. Ja, hätte... die können dann... dann ist die meistens unten irgendwo. Ja, habe ich älter geguckt, so an der Seite. Jetzt müssen wir warten. Jetzt geht er bei dir mit. Ich nehme ihn mit. Komm mal mit, Junge. Ja, komm. Du hast ein Mädchen. Komm mit, Mädchen. Ich weiß nicht, einige Leute haben geschrieben, man muss Graf Zahl auch mit der Wunderwaffe treffen. Meinst du es legit? Keine Ahnung. War das in deinen Kommentaren oder war das irgendwo auf Reddit? In den Kommentaren. Ah, unsere Kommentare sind nicht immer legit. Die lustige Kommentare sind halt auch ganz schön schmulio. So, wo bleibt denn hier Graf Zahl? Komm. Zeig dich. Blüht dir eine hier? Komm in die Laterne. Komm in die Laterne. Graf Zahl kann jetzt überall sein. Und fliegt dann in die Ferne. Mini-Update kann er auch unten. Im Keller sein. Oder im anderen. Ja. Voll witzig. Ist er wieder bei dir, der Zombie? Zombie? Ah, der will zu dir. Der Zombie. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Okay, okay. Werner, wo du hingehörst. Unten, unten, unten an der Treppe. Do it, man. Do it. Oh nein, oh nein. Wo denn? Da. Okay. Da ist er. Fließ ihn in sein Lustloch. Ja, ich habe ihn... Wir haben ihn mit der Wunderwaffe direkt gehittet. Boom. Alles klar. Wir können die Waffe machen gehen. Wir haben ihn ins Kreuzfeuer genommen. Geil. Dann geh schon mal Saft pressen drüben, oder? Ja, geh schon mal Saft pressen. Geil. Also das war ja wirklich entgegenkommend. Ja, normalerweise sagt er, nee. Hab ich gar keinen Bock drauf, als da runter zu kommen. Normalerweise sagt er, 4000 Schuss. Zweimal Max Ammo brauchste. Nur mit echten 4000 Schuss. Ja. Silberschuss. Haha. Glaub ich holen wir jetzt noch einen Bandito. Einen Bandito bei Danu. Der schmeckt nach alten Socken. So, wo kann man das denn hier rein filtrieren da? Ja. Geil. Glaub ich geh nochmal truen, in der Hoffnung, dass ich jetzt da noch ein Ding bekomme. Der Homunculus. Weil die waren schon ziemlich sexy, ne? Die waren schon sehr sexy, ja. Aber normalerweise, genau das. Was denn? Mit Ruhe ist weg. Achso. Bye, bye. Bye, bye. Kann ich Silver Bullets auch in mehreren Waffen haben? Ich... Weiß es nicht. Was die Leute alles so wegwerfen. Haha, was die Leute alles so wegwerfen. Erstmal... Aha. So. Da haben wir ihn. Hast du schon gebaut? Da haben wir ihn. Ja, ja. Immer ein Zombie. Warte. Komm her, komm her. Oh, ist das geil. Ja, jetzt killen wir den Zombie und machen... Warte, ich geh nochmal hier hin. Wollen wir wirklich jetzt was da rein? Ja, aber wir müssen jetzt die Steine machen, oder nicht? Wir müssen jetzt, ja. Aber dann reparier ich nochmal ein Schild und so ein Kram. Oh ja, das mach ich auch noch eben. Das Gedeckshauslabor. Ja, wir müssen jetzt Steine machen. Ja. Wir müssen Steine machen. Ein Stein hier. Einer ist Wicker. Oh, das ist so ekelhaft. Und was war der letzte? Der Ritter im Wald. Dann sind wir durch. Der Ritter im Wald? Ja, ja, die Ritter im Wald. Oh nein! Ja, genau. Um die Ritter im Wald zu kriegen, müssen wir aber den blöden Feuer-Step noch machen. Ja klar. Was noch wieder geht? Weißt du noch, wie der geht? Ja, anzünden und rennen halt. Ja, aber welche Reihenfolge? Ich bin grad verwirrt. Ich such grad das Schild. So, jetzt. Ähm, ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn wir dann rausfinden, würde ich jetzt mal sagen. Okay, wir machen erstmal den Stein im Labor, oder? Ja. Erst bei den Steinen im Labor. Dafür müssen wir auch wieder Wehrwölfe. Oder lohnt es sich jetzt noch irgendwas mit dem einen Zombie in Ruhe zu machen? Ja, den Feuer-Step. Ja, machen wir danach. Weil wir brauchen dann eh wieder Geld für die Falle wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Ja, da braucht man richtig viel Geld. Da braucht man 1000 Mark. Ich hab halt nicht so ne geile Zweitwaffe. Ähm, kein Glück gerade mit der Kiste. Ja, da brauchst du wieder richtig viel Schotter. Und das Problem ist, im Event verdienst du, glaub ich, kein Geld, oder? Ah, ich glaub nicht, ne? Ne, ich glaub auch nicht. Ekelhaft. Ja. So, dann drücken sie den Stein. Ja, aber du musst hier den töten, oder nicht? Ja, komm, drück. Wow, Runde L. Stoney Mahoney. Stoney Mahoney. Haben Sie noch weitere Fragen? Was meine Qualifikation? Aber guck mal hier, direkt Red Balls. Alter, guck mal, wie viele Fledermäuse hier runterkommt. Boah, ich hab... What is going... Okay, ich muss meine Fähigkeit einsetzen. Ich bin umzingelt von Fledermäusen. Ich hoffe, deine Fähigkeit ist noch ready, mein Sohn. Ja, noch ist sie ready. Was redet der hinterher über Rumänen? Keine Ahnung, die alten Rumänen. Nosferatu haben sie den damals genannt. Ach ja. Jetzt kommt, glaub ich, schon Wölf. Ich glaub, die... Ja. Die Hunde des Krieges. Doppel-Docker. Doppel-D. 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 Doppel-Drey. Hä?! Was ist los? No, 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 no. No, 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 no. Ne, ich bin... Nein! Ich komm nicht raus! Zeus ist aktiviert! schon kommt 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 mein zeus ist aktiviert worden alter ich habe eben gerade zwei wehrwölfe ins gesicht bekommen scheiße darfst du auf keinen fall drauf gehen ich habe ein red ball haben schon ein bisschen silber bullets und auf die wunde ich drücke sie in die wunde oh shit oh mein schild ist kaputt alter nicht sterben alter nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben red balls hier bei mir wo kommen diese monster her ist frage ich mich auch und wo versteckt und toter witz bolt sehr und toter witz wollte nein nein lady westminster nix leben ich bin im zeus warum brennst du weil ich im zeus drin bin alter haben wir es fast geschafft sind es die letzten wölfe ich hoffe au eui 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 wieder auf die zombies immer noch rein lang wo ist der wolf wo ist der eine das gibt es noch nicht Durchhalten Durchhalten, durchhalten Okay, boy Weiter geht's Schieß rein Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Fähigkeit einsetzen Oh shit, warte Fähigkeit einsetzen Ja, 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 lass mich kurz Lass mich kurz einen Meter laufen Stab läuft Alright Freijoggen, freijoggen, freijoggen Joggeli Gib mir Schutz Alter, komm schon Haben wir's geschafft? Oh Gott Das hat ja alles abverlangt, die Scheiße hier Wow Das ist Wahnsinn, ey Wow Oh mein Gott Musst du den Diamanten hier noch mitnehmen, der da rumliegt, oder? Welchen Diamanten? Oder, ne, keine Ahnung, da liegt irgendwas Blaues auf dem Boden, Vorsicht Äh, Chef, es geht weiter Ja, ja Ah Firesail Den werde ich ein bisschen Oh Gott, es geht ja richtig weiter Ja klar, Anfang der Runde müsste das jetzt auch sein Weil wir ja quasi die Runde 10 beendet haben Um den Stein zu berühren Was ist das? Ich renne erstmal hoch und hol mir ein Schild, ey Eui, 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 eui Ich werde von allen Seiten hier gerade bedrängt Das ist zwar nicht vom Herrenausstatter What, was ist das denn jetzt? Oh, Blitzis kommen, und zwar richtig gut Knall sie ab Was denkst du, was ich hier mach? Äh, sollen wir jetzt den Wicker Step als nächstes machen? Jo Dann müssen wir da lang, ne? Buh, alter, buh Abonniert